Stell dir vor, heute ist dein 80-jähriger Geburtstag. In diesem Video erkläre ich dir, was du von deinem 80-jährigen Ich lernen kannst. Falls du jetzt schon 80 Jahre bist, stell dir gern vor, es wäre dein 100-jähriger Geburtstag. Und ganz klar, wenn so eine große Zahl erreicht ist, dann möchten wir das natürlich gerne feiern. Und du hast jede Menge Menschen eingeladen, die dir lieb und wichtig sind. Für dieses Experiment, was ich heute mit dir machen möchte, ist es ganz egal, ob diese Menschen noch leben. Es könnten deine Eltern sein, die dann ja mindestens 120 wären oder noch viel älter. Es können Menschen sein, zu denen du keinen Kontakt hast, die dir gleichzeitig noch sehr wichtig sind. Und wie es immer so ist bei solchen runden Geburtstagen, haben sich natürlich manche Menschen etwas Besonderes für dich überlegt. Und möchten dir ein paar liebe Worte sagen. Es steht also eine Person auf, die dir sehr nahe steht und sehr wichtig ist, von der du viel hältst. Diese Person hält eine kurze Rede. Und in dieser Rede beschreibt diese Person dich als Mensch mit all deinen Eigenschaften und Facetten, die dieser Person wichtig sind und ganz besonders in Erinnerung geblieben sind aus deinem Leben bisher. Die Person schreibt darüber, wie dein Leben verlaufen ist, was dir wichtig war und wofür du auch stehst. Welche Erfolge ihr zusammen gefeiert habt, vielleicht auch welche schwierigen Momente ihr zusammen durchgestanden habt. Sie beschreibt dich und dein Leben, wie sie es wahrgenommen hat. Stell dir jetzt mal genau vor, wer dieser Mensch ist und was er oder sie sagen würde. Fühl dabei in dich hinein, was macht das mit mir? Wie finde ich das, was die Person über mich sagen würde? Ist das auch das, was ich mir wünsche und wie ich mich wahrnehme? Und wie das eben so ist, haben wir unterschiedliche Menschen in unserem Leben, die uns auch unterschiedlich wahrnehmen. Und deshalb wird jetzt noch eine zweite Person aufstehen, die vielleicht aus einem anderen Bereich in deinem Leben ist und dir auch wichtig ist. Auch diese Person wird eine Rede über dich aus ihrer Sicht halten. Was dir wichtig ist, was ihr zusammen erlebt habt, wofür du stehst und was du und dein Leben ausmachen. Spüre auch hier hinein, wie ist das für dich, das jetzt zu hören oder dir zu überlegen? Wie fühlt sich das an? Passt das? Ist das das, wie ich wahrgenommen werden möchte? Oder möchte ich vielleicht noch etwas ganz anderes in meinem Leben repräsentieren, erreichen? Etwas anderes, wofür ich stehen möchte, was sich jetzt in dir regt? Das ist überhaupt nicht zwangsläufig so. Vielleicht bist du völlig zufrieden. Spannend ist doch, was wir in diesem kleinen Experiment lernen können über uns selbst. Welcher Mensch sind wir? Und wie würden uns unterschiedliche Personen in unserem Leben auch wahrnehmen? Und wie unterschiedlich würden sie uns möglicherweise auch beschreiben? Das kann dir helfen, herauszufinden, wofür du vielleicht jetzt stehst, deiner Meinung nach in den Augen anderer. Und auch herauszufinden, und das finde ich viel wichtiger, wofür du stehen möchtest. Und als kleine Weiterentwicklung dieser Reden zum 80. Geburtstag, stell dir jetzt mal vor, dass alle Gäste weg sind und du die Möglichkeit hast, heute hier als der Mensch, der du jetzt bist, mit deinem 80-Jährigen selbst in Kontakt zu treten. Du kannst alles fragen, was du möchtest. Vor allem aber gibt es folgende Fragen, die ich dir gerne heute mit auf den Weg geben möchte. Nämlich einmal, darüber hätte ich mir gerne weniger Sorgen gemacht. Also was würde dein 80-Jähriges selbst sagen zu dir heute? Mensch, dass damals alles so in die Brüche gegangen ist, du deinen Job verloren hast oder was auch immer. Das war mit Sicherheit schwer. Im Laufe deines Lebens hast du gelernt das. Also was sind die Dinge, die jetzt vielleicht jeden Tag auch in deinem Leben eine Rolle spielen, die möglicherweise ein 80-Jähriges, ich sagen würde, sind eigentlich gar nicht so relevant, wie sie sich jetzt gerade anfühlen. Die zweite große Frage ist, was sind die Dinge, von denen ich gerne mehr gemacht hätte? Also Dinge, die dir wichtig sind. Was hast du vielleicht öfter mal hinten angestellt, weil so viel anderes gerade Vorrang hatte? Auch hier kannst du jede Menge von deinem 80-Jährigen-Ich lernen. Und letztlich gibt es noch die Frage, welches Handeln, welche konkreten Handlungen sind hilfreich, um diese beiden Fragen, also diese beiden Richtungen jetzt in deinem Leben schon zu verändern? Was könntest du jetzt tun, damit du dir weniger Sorgen machst von den Sorgen, die später vielleicht gar nicht mehr so relevant sind? Und was kannst du heute, hier und jetzt und vielleicht morgen und nächste Woche, nächsten Monat und nächstes Jahr, bis 80 ist es ja vielleicht noch eine Weile, tun von dem, von dem du mehr tun möchtest? Dieses Experiment mit deinem 80-Jährigen-Geburtstag und deinem 80-Jährigen-Selbst soll dir helfen, Dinge zu finden, die dir wichtig sind und Dinge loszulassen, Dinge zu verändern, die vielleicht gerade nicht so sind, wie du es dir wünschst. Übrigens, es gibt auf Social Media diverse Videos von Menschen in Altersheimen oder auf jeden Fall Menschen, die schon älter sind, die sagen, worüber sie sich gern weniger Sorgen gemacht hätten und wovon sie gerne mehr gemacht hätten. Wenn du da ein bisschen Inspiration brauchst, schau gern mal rein. Ich bin gespannt. Du darfst natürlich gerne kommentieren, wovon du mehr machen möchtest und auch, welche Sorgen du etwas weiter in den Hintergrund rücken möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit den Erkenntnissen. Vielen Dank fürs Zuschauen.